Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Wochenausblick. Ja, was tut sich in der nächsten Woche? Es stehen wichtige Daten an, Inflationsdaten am Dienstag. Darauf komme ich da nochmal mit einem wichtigeren Punkt. Und zwar hat sich da anscheinend an der Berechnungsgrundlage ein bisschen was zu unseren Gunsten verändert, was aber bis jetzt nicht so wirklich kommuniziert wurde. Deswegen werden wir das auf jeden Fall ansprechen. Außerdem werfen wir wie immer einen Blick auf die traditionellen Märkte, auf den DXY, auf die Newslage nächste Woche. Es steht ein bisschen was an, könnte eine interessante Woche werden. Nicht nur für Krypto, auch für die traditionellen Märkte. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock habt auf Updates und Signale, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwärmung gemacht. Wir starten mit dem DXY, der momentan bei 103 Punkten US-Dollar momentan verweilt. Wir haben ja darüber gesprochen, hier unten diese Box. Sehr, sehr schöne bullische Reaktion nach oben hin raus. Natürlich hat die Vette auch wieder ihren Teil dazu beigetragen. Sind dann jetzt hier oben an dieser grünen Box angekommen, noch nicht ganz, aber so die Richtung hat gestimmt. Ich würde mir aber hier nochmal wünschen, dass wir nochmal so eine kleine Konsolidierungsphase oder so einen kleinen Downtrend hier reinkriegen. Und da würde ich sagen, würde es sehr, sehr gut passen, wenn wir doch gleich mal zu der Inflationsrate am Dienstag kommen. Die Prognose liegt bei 5,5%. Das heißt, ein bisschen sollte es runtergehen. Wir haben die letzten Male, wo die Inflationsdaten bekannt gegeben wurden, immer positive Richtungen gehabt. Die Inflationsdaten waren immer besser als prognostiziert. Und dann schauen wir uns nochmal gleich noch die Kernrate dazu an. Auch hier Prognose 0,4%. Vorherig war das auch 0,4%. Sollte das bearish sein, das heißt die Inflationsrate steigt, dann ist es natürlich sehr, sehr beschissen für die Märkte. Auch für Krypto natürlich, dass wir hier einen deutlichen Abverkauf sehen könnten. Ich glaube aber nicht, dass das passiert und warum. Dafür habe ich jetzt mal den lieben Tom hier eine kleine Nachricht weitergeleitet. Wichtige Info noch vor der nächsten Inflationsbekanntgabe am 14. Februar. Der Januarbericht war der letzte CPI-Bericht, der nach der derzeitigen Methodik berechnet wurde. Der Verbraucherpreisindex für Februar wird der erste Bericht sein, der auf einer neuen Methodik basiert. Heißt für mich schon mal, es wird einfach so gemacht, dass es einfach passt. Früher basierte die Zahl auf Verbrauchsdaten aus zwei Jahren. Jetzt wird diese Zahl auf Grundlage von Daten aus einem einzigen Jahr berechnet. Theoretisch ist es damit möglich, dass die Inflationsdaten sogar noch stärker abnehmen als gedacht. Denn die FED ändert die Regeln bzw. ändert einfach mal die Art, wie die Inflation bemessen wird. An sich natürlich gut für die Wirtschaft. Anlagenpreise, Bullruns, die tiefgründigen langfristigen Probleme für die US-Wirtschaft. Und den Dollar werden sich damit aber nur verschlimmern. Aber das ist eine andere Thematik. Da stimme ich dem, wo das geschrieben hat. Ich habe es auch nur zugeschickt bekommen von Eugen. Ich habe es gerade nicht auf die Schnelle gefunden. Stimme ich einfach zu. Wenn wir eine neue Berechnungsgrundlage haben und dadurch die Inflation viel, viel schneller nach unten hingeht, ist es für Krypto, für die Indizes top. Ob die FED muss zurückrudern, früher oder später. Also es steht auf jeden Fall an. Weil das Ziel ja eben diese 2 oder 3% Inflationsrate sind. Und wenn die natürlich viel, viel eher erreicht werden kann, kann natürlich auch wieder viel, viel mehr Geld gedruckt werden. Ohne, dass es irgendjemanden stört. Und wir fangen wieder von vorne an und kriegen dann unseren zweiten Inflationspeak. Wer die Wochenausblicke kennt, weiß, von was ich rede. Es gab immer in der Geschichte 2 Inflationspeak. Und das könnte dann der Peak sein, wo Bitcoin sein zweites Top irgendwann mal erreichen wird. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Aber das wird sehr, sehr interessant werden am Dienstag meines Erachtens nach. Sollte die Inflationsrate deutlich nach unten hingehen, blicken wir auf den Chart, würde das für den US-Dollar genau das bedeuten. Abverkauf vielleicht sogar nochmal hier runter. Das wird sich zeigen. Erster Support liegt auf jeden Fall hier bei den 102 Punkten. Könnte das dafür sorgen, entweder wir sehen den US-Dollar deutlich, deutlich crashen und natürlich dann die traditionellen Märkte deutlich, deutlich nach oben pumpen. Also es wird sehr, sehr interessant werden am Dienstag. Diese Daten um 14.30 Uhr behalten wir auf jeden Fall den Blick. Da werde ich euch auf den Laufenden halten. Für den DXY werden wir sehen, ob der Montag noch ausreichend ist, um hier, sag ich mal, die grüne Box nochmal perfekt anzulaufen. Hier in diese Daily Supply Zone reinzukommen. Ansonsten sehe ich für Dienstag für den DXY erst einmal schwarz. Dass wir hier sogar echt drunter nochmal in diese 101 Region kommen könnten. Gut, dann blicken wir rüber, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, zum SPX. Hier haben wir es auch leider nicht geschafft. Da haben wir auch am Anfang der Woche, beziehungsweise doch, wir haben es geschafft. Wir sind hier auf diesen Step nach oben hingekommen bei den 4.200 Punkten. Da haben wir ja drüber gesprochen, okay, wäre gut, wenn wir hier oben nochmal die grüne Box anlaufen. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind eher gleich abverkauft worden. Also das heißt, wir haben uns hier oben nicht stabilisiert, so wie wir es hier prognostiziert haben. Wir sind sofort abverkauft worden und dann jetzt hier in dieser Zone, wo wir uns jetzt ein bisschen stabilisiert haben. Mit Blick auf die Inflationsdaten gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass wir auf jeden Fall die grüne Box nochmal anlaufen. Das heißt, hier die 4.230-Punkte-Marke ist das nächste Ziel, was für mich ergreifbar ist, auch wegen dem CME-Gap, was wir eben hier oben haben. Und dann wird es darauf ankommen. Reagieren die Märkte bullisch, as fuck, also wirklich as fuck, wenn die Inflationsdaten extrem nach unten gedampft sind? Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir hier eine Rallye sehen bis 4.368 Punkten. Aber wie gesagt, wir müssen erst diese 4.228-Punkte-Marke durchbrechen. Sieht momentan für mich nach wahrscheinlichstes Szenario aus, sollten die Inflationsdaten bullisch für uns sein. Wir haben den Downtrend durchbrochen. Das war eigentlich unser wichtigster Aspekt aus diesem Falling-Broadern-Eventage nach oben hin ausgebrochen mit einer Bestätigung. Und jetzt hier kleine Konsolidierung an diesem Punkt. Schadet nicht nach so einer kleinen Rallye, die wir hier erlebt haben. Aber es wäre jetzt wichtig, dieses Hoch bei eben diesen 4.230 rauszunehmen. Und dann können wir von mir aus sogar hier in Richtung 4.368-Punkte-Marke gehen. Seht ihr auch in der Vergangenheit, den Punkt haben wir schon mal angemarkert. Ineffizienz hier oben, immer wieder Support und Widerstand in dieser Region. Wir können die Box auch mal ein bisschen größer machen, damit wir das einfach mal so eine kleinere Box hier oben haben. Das ist auf jeden Fall das nächste Ziel, was ich sehe. Ich werde auch überlegen, ob ich jetzt zukünftig ein bisschen Setups in die Telegram-Gruppe reinhaue, was die traditionellen Märkte anbelangt. Wir können ja Dow Jones und sowas auch bei Bing X traden. Also wenn ihr daran Interesse habt, Link wie immer unten in der Videobeschreibung zu Bing X. Werde ich mir nächste Woche mal überlegen, sollten die Zahlen positiv aussehen. Da eventuell kurzfristig nochmal mit einem Long-Impuls einzusteigen, weil ich momentan finde, wir kriegen auch, um jetzt mal die nächsten News anzuteasern, am Donnerstag noch die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Und die waren das letzte Mal, zum ersten Mal, seit langem mal wieder besser für uns. Das heißt, mehr Arbeitslose als prognostiziert. Klar, die Zahlen werden natürlich immer, immer weiter nach unten hingefischt. Das sieht man auch hier. Die Prognosen waren immer, immer tiefer. Irgendwann geht es natürlich nicht mehr. Aber diese Donnerstag-Inflationszahlen sprechen zum ersten Mal, äh, die Donnerstags-Arbeitslosenzahlen sprechen zum ersten Mal für einen Punkt, der möglicherweise jetzt erreicht ist, dass wir den Boden bei den Arbeitslosenzahlen gesehen haben und jetzt auch hier eine kleine Trendwende reinkommt. Sprich dann dafür, Inflationsdaten sinken. Fett pumpt früher oder später wieder Kohle in den Markt einfach rein, um einfach die Wirtschaft vor Laufen zu halten. Man spricht ja mittlerweile schon gar nicht mehr von Rezession. Und man vermutet, dass es überhaupt keine Rezession geben wird, auch wenn es vor ein, zwei Jahren noch komplett prognostiziert wurde. Durch dieses ganze, ja, ich male mir die Zahlen, wie sie mir gefallen und sonstiges und Geld reinpumpen in den Markt oder so, hat sich das halt ein bisschen geändert. Also Rezession gehe ich jetzt momentan erst einmal auch nicht mehr davon aus, auch wenn der US-Präsident gesagt hat, ja, nur wenn mal zweimal das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist, heißt das ja nicht, dass man eine Inflation hat. Nee, natürlich nicht. Es ist genauso, wenn man nicht mehr produzieren kann, geht man natürlich auch nicht in Solvenz. Das habe ich mal gehört, sagte, glaube ich mal, ein grüner Politiker. Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile Dichter und Denker geworden. Aber gut, was will man machen? Was will man dazu noch sagen? Ja, auf jeden Fall könnte das die Märkte nochmal zusätzlich pushen, dass wir wirklich dieses Ziel hier oben bei den 4.370 bis 4.400 Punkten auf jeden Fall erreichen. Wir blicken dazu gleich auch nochmal auf den Dow Jones. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Hier, Dow Jones. Tut sich weiterhin wenig. Also, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, muss man ganz ehrlich dazu sagen, wir sind aus unserem Falling Broadening Wedge impulsiv ausgebrochen. Wir konsolidieren seit Wochen. Wenn wir hier das Breakout-Volumen nehmen, also hier 10. November, seitdem sind wir in der Seitwärtsphase. Seit vier fucking Monaten sind wir hier in einer großen Seitwärtsphase. Klar, wir könnten jetzt sagen, okay, hier bildet sich so langsam aber sicher so ein kleines Symmetrical Triangle. Ich bin da aber eher auf der bullischen Seite und ich belasse dieses Szenario, dass wir hier auf jeden Fall nochmal hochkommen und sogar Richtung Old-Time-High steigen könnten. Das ist immer noch so. Dieses Ding sollten jetzt die Inflationsdaten niedrig sein und die Arbeitshausenzahlen passen. Sehe ich hier auf jeden Fall weiterhin die Woche 34.881. Ansonsten tut es mir leid, ich glaube, ich sage das jetzt seit drei oder vier Wochen immer wieder, dass dieses Level angelaufen werden sollte, auch wegen dem Wig, den wir hier oben haben. Da oben wird es sich dann meines Erachtens noch entscheiden. Schließen wir da drüber, ist es bullish, schließen wir da drunter bearish und wir könnten wieder in diese Seitwärtsphase hier reinfallen. Aber ansonsten, wir brauchen uns hier nicht ewig lange aufhalten damit. Wir müssen die 34.955-Punkte-Marke durchbrechen mit einem Close da drüber, Daily Close. Dann bin ich hier deutlich bullischer. Ansonsten könnte sich das langsam zu einer langweiligen Seitwärtsphase reininterpretieren. Gut, dann zum Nasdaq auch nochmal ganz kurz drüber blicken. Auch hier Szenario einigermaßen gepasst, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden hier. Also wir sind nicht mehr ganz hochgekommen, haben das hoch nicht mehr geholt. Heißt für mich auch nicht wirklich bullisch hier. Was gut wäre, da haben wir auch drüber gesprochen, hier diese blaue Zone bei den 12.160 Punkten wäre nochmal für mich persönlich anzulaufen. Das wäre dann auch so das Szenario, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir nochmal eine Long probieren. Das Szenario besteht auch weiterhin. Das Einzige, was mir hier noch ein bisschen verunsichert, ist dieses Gap hier unten. Da müssen wir mal noch vorsichtig sein, vor allem am Montag eventuell, dass wir erst am Dienstag in eben diese Trades reingehen. Dass wir sagen, okay, hier die Marke von 12.180, dort platzieren wir mal eine Long-Position mit Ziel auf jeden Fall higher high. Und hier oben, warte mal, ich ziehe die Box mal ein bisschen anders. Hier oben haben wir dann einerseits auch dieses CME Gap und wir haben hier oben noch eine Daily Supply. Also das ist das erste Ziel. Das müssen wir auf jeden Fall anlaufen. Dann ist das gleiche Szenario wie beim S&P 500. Schließen wir über dieser Supply Zone bei diesen 13.148. Auch hier ganz kurz eine Linie mal ziehen. Hier diese blaue Linie, sieht man jetzt vielleicht nicht ganz, aber egal. Da müssen wir mit einem Daily Close drüber. Dann bin ich bullish und dann können wir auch hier beim NDX mal ein bisschen was aufholen, was wir die letzten Monate hier deutlich verloren haben. Weil, wenn wir jetzt so ein bisschen auch nochmal auf den Dow Jones zurückblicken, seht ihr der Downtrend hier beim Nasdaq deutlich, deutlich radikaler. Genauso wie beim S&P 500. Und beim Dow Jones einfach absolute Seitwärtsphase. Kurz vorm All-Time-High sind nur noch 5-6%. Und hier sind wir einfach noch deutlich, deutlich entfernt. Bis zu unserem All-Time-High sind es einfach noch 36%. Das heißt, die Tech-Werte haben eine Menge aufzuholen, entlassen momentan viele Leute. Die Zahlen wiederum sind aber gar nicht so negativ für die nächsten Wochen und Monate. Deswegen, also ich bin auch hier grundsätzlich erstmal long eingestellt. Trade-technisch müssen wir uns das die nächsten Tage auf jeden Fall mal ein bisschen genauer angucken. Gut, dann blicken wir mal, weil es sich auch gewünscht wurde, auf den DAX. Auch hier einmal, haben wir schon mal geblickt, machen wir jetzt einfach hier mal weg. Wir sind auch hier nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt, müssen wir auch mal dazu sagen. Also auch der DAX hat dieses Jahr enorm zulegen können. Und wenn wir uns das Sentiment ein bisschen angucken, da kann man ja online ein bisschen nachgucken. Wir haben hier 29% seit September wieder zulegen können. Extrem, extrem stark, auch extrem starker Jahresstart auf jeden Fall. Unser All-Time-High liegt hier oben bei den 16.274 Punkten. Schauen wir uns mal ganz kurz mit der Linie an, wie viel es noch entfernt ist. Von unserem Punkt hier oben sind es noch 7%. Das ist nicht mehr viel. Und jetzt lasst mal die Inflationsdatenbombe sein und auch noch die Arbeitslosenzahlen. Dann sehe ich hier erstmal weiterhin keine riesige Korrektur. Das Sentiment. Und das ist krass, das könnt ihr online, ich habe es jetzt vergessen rauszusuchen, tut mir leid. Vielleicht blende ich es dann hier oben nochmal ganz kurz ein im Nachhinein. Das Sentiment ist einfach, dass der Großteil short ist. Und wenn der Großteil einfach short ist, was passiert dann? Ich glaube nicht, dass wir einfach weiter runterfallen. Also ich bin momentan beim DAX noch nicht so auf der Seite, dass wir hier eine größere Korrektur sehen. Wir haben sogar mit Schlusskurs hier dieses Hoch da drüben nochmal abgefischt. Auch hier dieses Hoch abgefischt, da kein Close drüber gesehen. Das sind so die nächsten wichtigen Punkte, die ich jetzt erstmal hier in Anbetracht sehe. Da müssen wir auf jeden Fall drüber kommen. Brechen wir die 15.716, ganz ehrlich, dann ist das All-Time-High nicht mehr weit entfernt. Da oben wird auch eine Menge Volumen liegen. Und dann Holla die Waldfee, herzlich willkommen, neues All-Time-High. In einer möglichen Rezession, in der wir uns ja befinden oder sonstiges bliblablub. Aber gut, DAX wie gesagt, erst einmal noch ein bisschen bullisch. Wir haben auch hier ein bisschen CME-Gaps, die es noch zu füllen gibt. Hier dieser Bereich bei 15.182. Den behalten wir auf jeden Fall mal hier im Blick für einen potenziellen Long-Setup. Auch hier können wir bei BingX natürlich einsteigen. Also ich werde auch nur das traden, was es bei BingX dann gibt. Also das heißt, nochmal ein bisschen runder. 15.182 wäre so das erste Ziel für eine potenzielle Long. Und dann nochmal in Richtung Doppeltop mindestens, wenn nicht sogar drüber schließen. Und dann Richtung All-Time-High. Also ich bin beim DAX weiterhin erstmal noch ein bisschen bullisch eingestimmt, solange das Sentiment einfach überwiegend short ist. Glaube ich nicht, dass wir hier eine riesige Korrektur sehen. Auch wenn wir eine Bearish Divergence haben, das Verkaufsvolumen hier ein bisschen zurückgekommen ist. Würde ich momentan noch kein Short eingehen. Dafür ist mir das Sentiment einfach noch zu bearish, was zumindest das anbelangt. Gut, dann kommen wir noch zu Gold. Wurde sich ja auch wieder gewünscht oder kommt ja gut an bei euch. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Wir sind noch nicht ganz ins Golden Pocket, in diesem Bereich hier unten reingekommen. Darauf warte ich auch noch. Wir haben jetzt nochmal diesen ehemaligen Abtrend. Gere-Testet sind hier immer wieder rejected worden. Das heißt, bearischer Retest. Erst einmal für mich hier unten dieser Bereich weiterhin die 1.834 US-Dollar pro Feinunze. Das ist so dieser Bereich, wo ich mir eine Long-Position vorstellen könnte, um dann nochmal hier oben das Doppeltop anzugreifen. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, ich würde mich diese Woche, auch wenn wir hier diese Zone schon länger drin haben, nicht long positionieren. Warum? Inflationszahlen. Man muss Gold immer noch so ein bisschen als Wertspeicher sehen, beziehungsweise als Inflations-Hedge. Wenn die Inflation jetzt komplett zusammenbricht, sehe ich uns eher in Richtung Golden Pocket hier unterschieden, bei 1.737 pro Feinunze und dann möglicherweise erst ein Bounce. Also da müssen wir genau einen Blick drauf werfen. Ich würde hier vor Dienstag keine Position reinmachen. Ich würde keine Position irgendwie per Limit Order reintun. Für mich persönlich, ich werde Gold kaufen bei 1.700, also im Bereich des Golden Pockets, werde ich mir meine ersten Tranchen an Gold kaufen. Da hätten wir eine schöne Korrektur gehabt. Und ich bleibe dabei, Gold wird immer noch von USA, China, sonstigen Ländern, Deutschland auch weiterhin gekauft. Auch wenn Russland letzte Woche ein bisschen Teil verkauft hat. Klar, die haben ein bisschen Liquiditätsprobleme. Wundert ja nicht, was da alles passiert. Trotzdem, Gold bin ich weiterhin für das Jahr generell oder für die nächsten Jahre bullisch. Und da sollte man so eine Korrektur wie damals, die wir hier unten oder ich persönlich hier unten nicht genutzt habe, nicht nochmal verstreichen lassen. Deswegen warten wir mal ab. Das ist für mich dieser Bereich. Auf den wird es ankommen auf jeden Fall. Sollten wir hier unten reinkommen, dann überlege ich eine Long zu kaufen und eine Long zu machen und natürlich auch Spot möglicherweise einzukaufen. Gut, und dann kommen wir zum Schluss noch. Boah, Video ist schon wieder 15 Minuten lang. Kommen wir wieder zu Bitcoin rüber. Wie sieht es da die Woche aus? Wir haben unseren ersten Bereich getriggert bei den 21.600, 21.700 US-Dollar. Darüber haben wir schon länger gesprochen. Waren nicht in einem Short, momentan in einem kleinen Long. Wo wir hier drinnen sind, Volumen. Bisschen Mangelware momentan noch, aber gut. Hier wird es jetzt auch drauf ankommen. Ich sehe uns Maximum noch erst einmal bei den 20.400 US-Dollar. Das ist so dieses Max-Pain-Szenario. Sag mal, was soll jetzt aber? 20.400 US-Dollar bis zu diesem Wig hier unten. Sollte es überhaupt so weit kommen, dann, sag ich mal nochmal, eventuell eine Korrektur, je nachdem wie die Inflationsdaten ausfallen, nach oben hin. Und dann wird es sich zeigen. Es könnte aber auch natürlich sein, wir haben jetzt Wochenende. Montag könnte nochmal so ein False-Move-Monday sein. Ihr kennt das Spiel. Dass wir wirklich, und das ist jetzt wirklich mein Worst-Case-Szenario, einfach nochmal bis Montag momentan. Wir ziehen unser FIP-Level von unserem Low zu unserem High. Dass wir hier noch kurzfristig einen Dip sehen in die 19.400 US-Dollar-Marke bis 19.150, um dieses Higher-Low zu bilden. Und dann lasst die Inflationszahlen Bombe sein nach der neuen Berechnungsmethode. Dann geht aber, denke ich, die Luzi ab. Weil dann die Fed irgendwann auch keinen Handlungsspielraum mehr hat, die Zinsen noch zu erhöhen. Auch wenn es Pole letzte Woche noch gesagt hat. Aber ich sage immer, was will Pole mehr sagen? Er kann nicht die Märkte, die sowieso schon teilweise in Euphorie sind, noch mehr in Euphorie versetzen. Das heißt, man bewegt sich hier auf einem schmalen Grad, der gehalten werden muss. Und was will er anderes sagen? Darauf muss man auf jeden Fall achten. Trotzdem, Bitcoin grundsätzlich ist es jetzt eine gesunde Korrektur, eine bullische Korrektur. RSI hat abgekühlt. Alles wichtig nach dieser Barrage-Divergence, die sich hier aufgestaut hat. Trotzdem, wenn diese 20.100, 21.100 nicht halten, dann 20.400. Und dann kann es ganz, ganz schnell aufgrund eben dieser Vektoren, die wir hier überall noch haben, bis 19.100 Max gehen. Und dann erwarte ich aber einen ordentlichen Pullback. Zumindest bis nach oben. Wir hätten dann Higher-Low. Dann muss aber ein Higher-High auch wiederum her. Das heißt, ein Close über diesen 24.300 Punkten. Schaffen wir das nicht. Haben wir einen Doppeltop. Dann Hallo vielleicht nochmal 15k. Aber das sehe ich momentan nicht. Wir blicken von Tag zu Tag. Auf jeden Fall bin ich positiv für die nächste Woche gestimmt. Die Inflationsdaten sollten sich für unsere Gunsten ausfallen. Auch die Arbeitslosen-Daten könnten positiv ausfallen. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünsche oder sonstiges habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, dann war es das von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis später oder bis morgen früh. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.